Es gibt jetzt noch einmal eine Gäste. Ja, und die Geschwindigkeit abgebaut, drücken und die Heliposition. Sie sind aus der Früberschneidung gestanden. Wow, das ist geil. Sie sind aus der Früberschneidung gestanden. Sie sind aus der Früberschneidung gestanden. 4cm Druck auf der Drätschneidung gestanden. Probieren wir mal. Hast du nicht viel Befehl, das wird nachtmäßig gut. Wollen wir mal probieren, aus der Früberschneidung. Genau. Drücken. In der Seite kommt, Press and up. Press and up. Nein, noch mehr. Ich kann den Hinsicht gerade mal. Ich probiere es. Wir werden nach der Früberschneidung gestanden. Wir werden nach der Früberschneidung gestanden. 3.60, 3.00, auch kalt. Da braucht man das alleine. 4.00, auch kalt. Ja, aufs Stützen, geil! Ganz cool! Ja! Ja, ja!